So, Fähigkeitspunkte. Ja. Schnelles Retten. Das ist zwar noch nie gebraucht. Hat noch nie irgendjemanden gerettet. Test Wahrnehmung. Das BP. Wenn sie dann folgen dürfen, dann haben wir gar nicht einen Punkt dafür. Wer ist mit schnelles Heilen? Die Schneeheilung. Das ist interessant. Das brauche ich. Mist, jetzt haben wir nichts mehr. Die Schneeheilung ist wirklich... Das haben wir gerade gesehen. Im letzten Kampf. Notwendig. Heiß. Weiter gehts. Ein von Skriffke. Zitat. Weiter gehts mit Barry. Moira. Moira wollte zu diesem Turm gehen. Als ich bei ihr war. Hör zu Süße. Du musst mich da hinbringen. Schaffst du das? Moira. Moira. Ich glaube nicht. Sie ist auf keinen Fall. Mal schauen, mit wem wir zuerst das Ziel erreichen. Den Turm. Den wir jetzt gar nicht mehr sehen können. Von der Perspektive aus. Wo Barry zuerst und Moira und Claire. Vermute zweiteres. Ha. Ein gutes Herz hat sie. Sie hat bestimmt ein bisschen von Polly in dir gesehen. Ihre Schwester. Woher hast du den Arm reif? Die Insel. Eine Frau hat dadurch gesprochen. Glaube ich. Bin mir nicht mehr sicher. Eine Frau. Die Aufseherin. Ich habe den Reporter wie ihr kleines Experiment gelesen. Gebs Notiz. Und alle Wohlgesinnten, die das hier finden. Wir wurden gegen unseren Wilden auf diese Insel verschleppt. Unsere Namen lauten Neil Fischer, Pedro Fernandes, Edwards Thompson und Gabriel Chavez. Ich kenne diese Koordinaten und unsere Position nicht. Und ich weiß nicht, ob sonst noch jemand hier ist. In der Umgebung kehrt sich etwas auf. Ich kann nicht bestimmen, ob es menschlich oder tierisch ist. Ich höre wildes aggressives Knurren. Mehrere potenzielle Verhinder. Wir wurden mit diesen ungewöhnlichen Geräten am Handgelenk ausgestattet. Wir erhalten Betragung von einer unbekannten weiblichen Person, die uns anhält, zu Vosek zu gehen. Schreibt, wäre es unbekannt. Wenn Sie ein Wohlgesinter sind, der diese Nachricht liest, treffen Sie uns bei der Vosek. Lassen Sie sich auf und seien Sie wachsam. Gehe Chavez. Ich bin gespannt, wann die Aufseher den Barry entdeckt. Und... ... und... ... und... ... was sie mit dem anderen nimmt. Oder vielleicht hat sie es schon. Oh ja... Das war ein Terror-Safe-Typ. Er war ein Terror-Safe. Ach, verdammt! Darum habe ich ihr gesagt, sie sollte ich raushalten. Da drüben sind welche. Such dir Deckung. Ich erledige sie, bevor sie uns sehen. Schleichengriff. Sehr gut. So mache ich das am liebsten. Okay, keine Gegner hier. Okay. Viel zu ruhig hier. Da passiert auch gleich noch was. Da ist sie nicht. Steh, 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 steh. Da sind mehr Ziele, das sind mehr Zoll. Verdammt, ich brauche einen Schlüssel. Das ist eine Finale, das ist ein einfaches Gitterrohr, das kannst du mit einem Dosen-Kicklauf schließen. Wenn du es noch nicht gesehen hast, bei mir, da. So, wie kommen wir ran? So, kommen wir ran. So, wie kommen wir rum? Können wir hier rein in die Hütte? So, wie kommen wir? So, wie kommen wir? So, wie kommen wir? So, wie kommen wir hier? 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 Rauchflasche. Eine Zweitwaffe mit Shift und linke Maustaste verwendet wird. Die Rauchwaffe beschränkt die Sichtweite der Gegner, so dass sie weglaufen oder die Gegner mit einem Schleichanzug angreifen können. Auch Natalia kann Rauchflaschen verwenden. Oh. 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 Nicht so Sneaker-Attack. Aber dass der seine scheiß Schwachstelle am Bein hat. So, kommen wir so vielleicht rein. Aha, was dachten wir jetzt hier rein? Oh, ne Waffe. Machen wir die Zinsverschändung. Damit kommen wir weiter. Kleine Hände. Zum Glück haben wir hier jemanden mit kleinen Händen. Och, nö. Stopp Begräze. Und Klassos. Und Klassos. Hier ist alles. Und Klassos. Und Klassos. Und Klassos. Und Klassos. Sehr schön. Oh, komm. Jetzt geschafft. wenn ich noch eine mund zum verschwenden 2 von 9 sieben weiter und müssen jetzt hier oben hast du da mehr getroffen da drüben ja bei dem großen turm das wetter ohne dem turm waren sie noch nicht das war ein brecheisen wo soll das herkriegen Jetzt muss ich auf. Was? Wo? Da. Ich sehe es am Obf. Ich habe es nicht mehr. Ich sehe es auch nicht. Ein bisschen Monsternziele rede. Schleich mich hier mal durch, sonst geht es mir sehr. Sie ist es offensichtlich nicht. Betroffen! Mach weiter! Unsichtbare Monster. Das wird sicher ein Spaß. Na toll. Ich kann es an dem roten Umriss erkennen. Das wird ein Spaß nicht werden. Da drüben ist etwas. Na mal da aus. Da drüben ist etwas. Das Monster kommt her. Es kommt her! Ach, hier. Das ist scheiße. Ja, wo denn? Da an der Zaunleiste. Es kommt her! Ah, da! Wenn wir das Kapitel so schnell wie möglich zu Ende bringen. Jemand hat hier richtig die Sau rausgelassen. Was ist bloß passiert? Petros Notizen über den Armbrech. Der Armbrech verreift, was wir bis jetzt wissen. Im Inneren steckt ein GPS-Ampfänger. Überwacht wohl unsere Position. Das Übertragungsglied ist zweiweg. Wir hören sie, sie hört uns. Der Ursprung der Übertragung ist in der Inselmitte. Ein höher gelegener Ort. Muss dieser seltsame Turm sein. Sie hält sich bestimmt auch dort auf. Anscheinend überwacht er auch unsere Lebenszeichen. Für welchen Zweck? Sie hat uns echt mit einem Virus infiziert. Heiliger Bim Bam. Was sollen wir jetzt tun? Ich denke ich habe auch mal noch einen Parkplatz. Spannend überwacht, wenn du das nicht schlafen lässt. Ich will einfach zusammen. Ich weiß nicht, was ich hierял' vielleicht noch eineinwerb, Ich bin jetzt aber nicht nur an. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Ein Library ist mir. Ich bin jetzt schon wieder. Wenn ich die Handwerbste. Ich weiß nicht, wie es nicht so süß. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es schon. Ich weiß nicht, wie es zu müssen. Ich weiß nicht, wie es geht. Das ist ... hm, okay hm, haltung, sehr schön ich muss das nicht die serien anschreiben das wird man da rüber gehen ich bin zu einem helikopterplatz was zu sehen oder was da sind die box dach entkommen und die kiste wie schön drei schlüsse hat das ding hier ist nichts gutes drin ein guter Mensch Shit, sag nicht, ah, na doch, ne, das letzte nur, den haben wir schon geklappt, sehr schön. Das können wir nicht umsetzen. Trämpf 1. Okay, hier oben kommen wir nicht. Hier bauen wir sie. Oh, geradeaus. Da drüben bei dem Zaun dort. Okay, fantastisch. Wir müssen das immer irgendwo anders. Da sind wir hier richtig. Da sind wir hier richtig. Oder auch nicht. In der richtigen Richtung. Oder nicht. Jetzt haben wir hier irgendwo, oder nicht. Hier sind sie doch links. Hier bin ich schon mal lang. Moira war vielleicht auch hier. Oh oh. 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 Ich wusste auch hier was gesehen. Und jetzt regnet's. Ist dir auch warm genug? Ich komm schon klar. Ich komm schon klar.